Junge, 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 Junge. In der Zeitung ist es wichtig. Die Einkauf ist schon von fein. Die sind aber. Die kochen ja alle mit dem Hut ab. Nackt! Nackt! Entschuldigung! Aber war das nicht illegal früher einmal? Ja genau der. Genau, er läuft genau so. Ja genau zur richtigen Zeit. Play gedrückt. Also, hier kommen wir nach. Ich werde jetzt mein Leben riskieren für die Wissenschaft. Dann werde ich das jetzt probieren. Das ist auch nichts neues. Das muss man erstmal anders schneiden. Den Spätzchen. Ab in die Soße damit. Na. Leicht ranzig im Abgang. Na Spaß. Bisschen widerspenstig zu essen. Das Menü. Und das hier. Da steht gar nicht drauf. Deswegen lassen wir es mal zur Seite. Wir probieren es mal. Oh, wie geht alter. Das Mächtigernfleisch. Was ist das der? Digga. Was ist das für eine Konsistenz? Oh, ich kann es nicht mal probieren. Oh, ne. Ja, ja. Ich wollte gerade im Namen der Wissenschaft hier dieses diese Fleischattrappe probieren. Aber No way. Bereits beim aufgreifen mit der Gabel kam ein Gänsehautmoment. Der es mir leider unmöglich macht. Dieses Mächtigernfleisch zu probieren. Tut mir leid. Erklение für Küche Entspannt oder was? Klar. Was ist hier? Was geht jetzt her und er ist wieder? W S Applicationspräsident. El Presidente. El Presidente. Riecht wie ein… Fuuuuf, Alter. Fuuuf, Alter. Verschiedene Dingsorten. Was sind denn dafür Gerüche, Alter? Das ist eine Plantagen-Vibes, da habe ich mir gefangen. Junge, 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 Junge. Du seid in der Zelle richtig ein Handler. Die Einkoffe ist schon fein. Junge, darfst du schmecken? Von Bingo, du gehst rein und denkst du bist Amsterdam. Original. Original Ganja, man. Was hast du für dein Zimmer, Digga? Was hast du da gezündet? Nicht gut. Da ist eine Bomba Amsterdam geplatz bei Ihnen. So. So you'll need to start. So. 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 Was hast du denn? Ey, er holt jeden Tag rum, Alter. Jeden Tag holt. Jeden Tag. Ja, noch zwei Jahre. Jeden Tag am holen. Er schinzt sich nicht. Manchmal vor mir erschinzt sich nicht. Er deckt gerade eine holen. Jeden Tag, kein Bock mehr, nur sechs Monate. Du hast die Freiheit an. Du hast die Freiheit. Du bist hier zwei an. Einzige Haut, die du Heidrich nicht gesehen hast. War ich traurig? Hä? Traurig gemacht? Nee. Bei denen ist es immer so, dass du den gestehen hast. Manchmal stehst du hier alles dunkel, obwohl das ist völlig blick eigentlich. Die kommen um acht Uhr im Winter. Können Sie sich das noch schlafen? Ja, ja, da meinst du auch. Das meine ich mir, die kommen hier draußen klar, ja? Ich glaube, hier ist es einfacher für die. Ich bin ganz sicher. Also kümmern sich hier. Um sechs Uhr 20 bekommt ihr einen Scheiß. Wenn wir sie irgendwo hingehen, den müssen wir nichts machen. Das ist ein bisschen zu einer hohen Anlaufstelle. Wenn wir sie in der Nacht wach werden, dann gehen wir in den Zug. Dann müssen wir die Scheißer und drücken. Das tut wirklich alles. Die kochen ja fahrelang mit dem Urlaub. Mama, was ist los? Mama, 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 Mama. Wurde, wupp mich auf. Wolltest du einfach noch aufmachen? Aber wenn das hier nicht gut aussieht, dann lass dir ein Kuchen. Na, dann geht das hier. Der Schiff, sorry. Voll. Das war's? Ich hab genug von denen. Genug von denen habe ich genug. Ich hab den Roten an. Stift dabei. Ohne ***. Den Stift halte ich in Ehren. Ich bin da. Ich bin da. Entlassung ist irgendwie mit. Was denn? Was denn? Warum? Ich bin so alt. Warum denn? Ich bin so alt. Ich bin so alt. Warum denn? Ich bin so alt. Warum machst du da in die Tür sauber? Die Isolotte ist bei mir drin. Wer ist die Isolotte? Wer ist die Isolotte? Wer ist die Isolotte? Hallo? Keiner weiß, wer die Isolotte ist. Unter dem Bett, unter dem Bett. Garantiert unter dem Bett. Guck dir unter dem Kopf ein bisschen. Oder im Schrank, im Schrank. Ich hab die altblatt Kisten. Im Schrank. Hinter der Gardine, hinter der Gardine. Guck dir unter dem Kopf zu. Das ist ja schon jedes Kind. Das ist ja schon ein Schwarz. Das ist ja schon ein Schwarz. Wenn ich mal reinkam, dann hast du den Arsch gesehen. Story. Hast du den Arsch gesehen? Und dann lag er auf dem Paternasium. Wie? Der hat so gelaufen jetzt. Ja, ja, ja. Das ist aber lustig. Ja, ja, ja. Und oben hat der Held in der Insel. Da hat er zu wenig abgastet. Wirklich nicht? Der Schwarz hat Spaß zu haben. Ja, ja. Für ihn ist doch Win-Win-Sie-Doktor. Er wird sowieso gern gebummst. Plus, gib doch Tabak dafür. Ja? Ich mach mit Trieb. Ich mach mit Trieb. Muss ich irgendwie? Muss ich der Post nachholen? Okay, nein. Ich bin nur der Arsch. Ja, hier. Na, der Arsch, ja. Wie der Typ. Ich so. Von dem, von dem. Ja. Ja. Oh, nee, ey. Komm, Trieb. Da kam er raus. Entschuldigung. Aber war das nicht illegal früher einmal? Mittlerweile gibt's Geld gehen und Kondom und bei Einkauf und so. Wird doch gesponsert. Entschuldigung. Ja, doch, doch, doch. Der hat die langen Haaren. Der große. Der auch dann so läuft. Ja, genau der. Genau, er läuft genau so. Sehr geil. Aber das war so, wo ich dann so. Das war so. Seitdem du, du hast es gekriegt, klopfe ich immer an. Wenn ich nicht. Doch, leise, hörst du nicht. Doch. Dann nehm man die Hände auch. Aber sonst mal immer kurz klopfen. Auch mal so. Keine Ahnung. Das macht man so so. Das ist nicht alles. Ich kann blut, ich kann alles sehen. Ja, irgendwie. Und wieder rauskappen. Tschö, Nico. Und der andere ist dann so raus. Aber das war meistens also. Ich weiß schon, ich meine, die Sons können nicht mehr hier alles in Krankheit. Von jeder von den 60 Leuten, die hier wohnen, gehen da 30 mal rein. Ja, ja, ja. Die tun das so. Die tun immer auch flicke Männer und dicke Arme. Damals von diesem, Natascha war in Vierge. Ja, das ist interessant. Man hat gesehen, richtig viele, auf jedes Haus, wo die kam, gab es immer Unruhe und immer Stress. Die können das sein. Alle wollten nur... Die können das sein. Alle lachen immer und reden und so weiter und so fort. Die sind nicht einfach nur, dass sie das verstehen müssen. Na ja. Aber dann ist das alles. Ich hab dich da gemacht. Ich hab dich da gemacht. Vielen Dank.